Das ist eine gewöhnungsbedürftige Person, an die man sich nicht gewöhnen kann, alter. Die ist so richtig beschissen, nicht wegen Noten, sondern wegen ihrer Art. Man kriegt diese... Eine beschissene Person ist mir noch nie untergekommen. Ich habe gesehen, dass sie sich so leiden, so dass ich verleuchtet habe. Und dann sind die Leute total weggegangen. Weißt du, die gibt zu, dass die Schüler mobbt. Das ist ihr egal, weißt du. Und die hat auch Spaß daran, kleine Kinder zu penetrieren, alter. Weißt du, die ist so scheiße. Ich bin... Ich... Also die, 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 die ist so langgelaufen so gegangen. Und die Kinder sind wirklich weggegangen. Ich habe mich wirklich zu den Gassen gemacht. Und ich dachte... Oh Gott, das ist so schlimm. Es ist so zum Kotzen, Alter. Man hat so jedes Mal das Gefühl, dass man irgendwie der Arsch ist. Weißt du, das heißt, wenn man was richtig krass gemacht hat, dass alle Leute krass finden, sagen die dann so... Ja, du bist doch... Sag zu irgendjemand anderen... Ja, du bist doch eine loyale Person. Ähm... Sag mir doch einfach mal, was... 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 Sag mir doch einfach mal, was du dazu denkst. Und das Ding ist, jedes Mal, wenn die dann zu jemandem so razzit, muss der deren Meinung sagen, ansonsten wird der auch penetriert, alter. Weißt du... Es ist so zum Kotzen! Das nächste Mal stelle ich's mit einem Eimer daneben, weil ich mit der Unterricht abkomme. Pfff... 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 Ja, das ist schon Mobbing, da war die so, ja klar, ja, ja, genau so ist die, die ist der Gollum in Personhaltssack, vom Aussehen und von der Art, das tat jetzt mal richtig gut, dem Lehrer vorzugehen, das war so befreiend, einfach mal Lehrer zu beschreiben, guter YouTube. Okay, da geht die nächste Woche auf der Lüthin Channel, zieht sich genau das Video an, dann zieht sich so, ja, stimmt, genau, na klar, ja, logisch, ja, und dann war ich, dann war, und hatte diese Biolehrerin, weißt du, die wusste nicht, was ein Ethernet-Kabel ist, weißt du, wir hatten so diesen, diesen, diesen Laptop-Wagen-Dings, Und ja, ich sah dieses Kabel, äh, dieses Ethernet-Kabel, mit dem man so als Netz einklingt, hat die ganze Zeit Struppe genannt. Struppe, nee, er ist diese Struppe, nee, was ist, kommt denn diese Struppe, also, es kommt hier nicht ins Netz rein, diese Struppe, weißt du, und dann zieht das, die so, die Lärer, die auch nichts von Technik kapieren, so, nichts. Für die Internet, für die Internet, die meinen, dass das Internet alles Neuland für uns ist, nein, ist es nicht. Ja, Lenny T macht jetzt mal, Lenny T macht jetzt mal Pause, ich gehe dann gleich weiter. Bis dann.